Ich bin Erika Mayer, ich lebe in Berlin und ich bin seit zehn Jahren Stadtimkerin. Ich habe zurzeit 18 Bienenvölker und die meisten stehen auf Dächern. Das Tolle an der Imkerei ist, dass man der Natur ganz nah sein kann und gleichzeitig aber auch ein städtisches Leben führen kann. Berlin hat ja auch eine ganz lange Tradition an Lindenbäumen und das ist etwas ganz Besonderes. Imker aus ganz Deutschland bringen ihre Bienenvölker in die Stadt und lassen ihre Bienenvölker für vier Wochen bei uns stehen und dürfen dann eben auch den guten Nektar ernten, so wie wir Stadtimker. Berlin ist wirklich eine Bienenstadt. Die Stadtimkerei hat sich in den letzten Jahren wirklich mehr als für zehnfach und der Boom hört nicht auf und wir bräuchten eigentlich in Berlin eine Infrastruktur, die diese Stadtnatur organisiert. Also ich wünsche mir, dass Stadtnatur weiterhin einen hohen Stellenwert hat. Wir wünschen uns auch Flächen, in denen die Stadtbevölkerung aktiv daran teilnehmen kann, an der Gestaltung von der Stadtnatur.